Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Ich würde ja sagen, das Chaos hat einen Namen, Stefan Seuss, aber das Chaos ist sortiert und der Bulli ist gepackt. Morgen früh, sehr sehr zeitig geht es los. Es geht wieder an ein stehendes Gewässer, einen größeren Baggersee, einen ganz abenteuerlich verwachsenen. Ich war schon mal früher dort, konnte auch ein paar kleinere Wälse fangen, aber das Spannende ist an diesem Gewässer, keiner weiß genau, was da wirklich drin ist. Fänge von kleineren Wälzen konnte ich schon verzeichnen, aber wo sollen die herkommen? Da muss ja irgendwo auch die Big Mama rumschwimmen. Und genau das habe ich morgen vor. Ich möchte dem Rätsel dieses wunderschön verwilderten Waldsees auf den Grund gehen und versuchen, ob dort sich nicht irgendwo ein großer Wälz versteckt. Aktuell bin ich relativ warm angezogen, aber es wird wieder richtig warm und deswegen habe ich mir noch Kühlboxen organisiert. Ich bin da online fündig geworden bei Plug-in-Festivals. Ich zeige euch das mal. Ich mache noch schnell ein kleines Unboxing mit euch. Einen habe ich schon ausgepackt. Schaut mal hier. Hier oben steht das 25er Modell. Wirklich ganz tolle, robuste Kühlboxen. Diese Kühlboxen funktionieren ganz normal mit Eispacks, Eisblocks, gefrorenen Wasserflaschen, Eiswürfeln, die ihr reinballert für die Kühlung. Und die Jungs von Plug-in-Festival werben damit, dass diese Teile ganze fünf Tage unsere Lebensmittel, unsere Getränke kühl halten. Auf den ersten Blick auf jeden Fall mega robust. Ein richtig schöner, stabiler Tragegriff ist oben verbaut. Richtig robustes Material. Und das Tolle ist, diese Teile, das Material ist nicht irgendwelches herkömmliches Plastik, sondern aus recyceltem Ozeanplastik sind diese Teile hergestellt. Also aus dem Müll, der im Ozean gefunden wird, wurden diese Teile hergestellt. Haben eine richtig dicke Wandung und ich bin wirklich gespannt, ob die Ice Heroes, so nennen sich diese Teile, meinen Anforderungen genügen. Ganz cool ist. Schaut mal hier unten, wenn man sie öffnet. Da ist sogar ein Flaschenöffner verbaut. Ja, aber hier seht ihr schon mal die Wandung. Ja, also richtig dickes Zeug. Das kleinere Modell, das 25er Modell, was ihr hier sehen könnt, habe ich mir gedacht für spontane, schnelle Einsätze. Wenn ich nur ein, zwei Tage unterwegs bin, reicht vollkommen. Oder für Köder. Gefrorene Köderfische, Würmer etc. Und jetzt packen wir mal noch die große, schnelle zusammen aus. Die versteckt sich hier drin. Hier ist der Ice Hero in der 55er Größe, also ein richtiger Bullermann. An der Seite auch stabile Tragegriffe. Klar, dass man sie auch bequem zu zweit tragen kann. Ja, und dieses Teil ist dafür gedacht, mein ständiger Begleiter zu werden. Also bei den ganzen Wallertouren, bei den Karpfentouren, egal wo ich hinfahre, oder wenn ich mit der Family länger unterwegs bin, hier ist richtig Platz drin. Und es ist sogar noch ein Einsatz dabei und eine Trennwand. Wirklich eine coole Sache. Ihr seht hier schon, richtig dicke Wandung, richtig viel Platz, ein richtig stabiler Deckel. Kann man auch als Tisch benutzen. Macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. So, ich werde da jetzt die Eisbox reinballern. Habe ich mir auch bei Plug-In Festival gleich mitbestellt. Und passen noch ein paar mehr rein. Dann auf jeden Fall schön mit Lebensmitteln und Getränken vollballern. Dann bin ich echt mal gespannt, ob das Teil das hält. Fünf Tage Kühlung, was es verspricht. Ein kleiner Trick auf diesem Wege. Ihr könnt natürlich auch gefrorene Wasserflaschen reinschmeißen. Das mache ich sehr oft. Trinkwasser brauchen wir sowieso. Ich friere mir dann diese Trinkwasserflaschen ein, baller sie mit rein. Dienen dann gleichzeitig als Kühlakku. Und wenn sie irgendwann aufgetaut sind, könnt ihr sie trinken. Ja, das Ding krachen wir jetzt voll mit Lebensmitteln. Schaut auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die beiden Kühlboxen. Natürlich mit einem Rabattcode, falls ihr auch auf der Suche seid nach einer nachhaltigen, extremen, sehr bewussten und meiner Meinung nach auch sehr stylisch aussehenden. Kühlbox. Und wie ich euch kenne, eurem geschulten Auge entgeht ja nichts. Nebendran laden gerade meine neuen LivePo 4 Akkus von Lime USB. Ich habe da einen ganz spannenden Hersteller online gefunden, der wirklich zu günstigen Preisen diese Lithium Iron Phosphat Batterien anbietet. Ich habe mir hier einmal das Modell mit 100 AH bestellt und einmal hier noch nebendran das Modell mit 50 AH. Das kann man auch noch schnell auspacken. Muss ich noch schnell auspacken, denn ich will es ja morgen mitnehmen. Auf den See dürfen wir mit dem E-Motor drauf und da ist es natürlich das perfekte Testgebiet. Ich war jetzt schon lange auf der Suche und sicherlich auch sehr interessant und spannend für euch. Denn viele von euch setzen ja ein E-Motor ein, aber das teuerste am E-Motor sind meistens die Lithium Batterien. Ihr könnt natürlich auch eine normale Autobatterie dranhängen, aber das schleppt ihr euch zu Tode und habt kaum Leistung. Irgendwann nach mehreren Ladevorgängen geben diese Batterien Geist auf und ihr produziert Müll. Und diese Lite Pro 4 Akkus wiegen so gut wie gar nichts. Hier ist die kleine, die hat 40 AH und daneben die große, die hat 100 AH und damit habt ihr natürlich richtig Power. Ich möchte mal gucken, ob die günstigeren Modelle auch das können, was so ein teures High End Modell kann. Und ganz spannend ist natürlich, weil ja viele von euch dann immer sagen, ja nur für einen E-Motor ist es mir zu schade. Ich habe mir noch dieses Battery Socket Outlet T1 bestellt. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn ihr könnt mit diesem Gerät, Verkabeln sind alle dabei, problemlos auch die Batterien nutzen, um eure Verbraucher zu laden. Es sind USB-C Anschlüsse dabei, normale USB-Anschlüsse, ein stärkerer und schwächerer, Zigarettenanzünder Anschluss. Kann ich ganz einfach mit der Verkabelung hier im Karton mit den Batterien verbinden. Nun habe ich eine am E-Motor und eine im Bulli stehen, um Handy, Laptop, bla 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 laden zu können. Eine coole Sache und auch hier bin ich mal gespannt, was die Teile können. Und auch hier findet ihr natürlich in der Videobeschreibung einen Direktlink dahin, falls ihr auf der Suche seid nach relativ günstigen, aber trotzdem soliden Lithium Iron Phosphat Akkus. Für euren E-Motor, Camping, Wohnmobil, alles. Überall, wo man eigentlich Strom braucht, wenn man unterwegs ist. So, die werden jetzt aufgeladen, dann wird der Rest in den Bulli reingekracht. Die Routen müssen noch rein, die stehen hier alle. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob wir an dem Waldsee, es gibt keine richtigen Infos für uns Welsangler, ob dort große Fische unterwegs sind, den Waller abholen können. Bis morgen früh auf der Bahn. Guten Morgen. Auf geht's. Abfahrt. Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich komme gut durch. Straßen sind frei. In guten zwei Stunden kommen wir am Zielgewässer an. Wetter ist etwas durchwachsen, aber das kann auch ganz gut sein nach der langen, anhaltenden Hitze hier. Finde ich hat es natürlich wieder am besten. Die pennt noch. Ja, und ich werde jetzt in aller Ruhe frühstücken und mir ein Y-Food Cold Brew Coffee reinziehen. Achtung, die Route enthält Verkehrsstörungen. Ah, da kommt schon wieder die Hiobsbotschaft Stau. Wir sehen uns gleich am Wasser und dann schauen wir mal, ob wir das Geheimnis des verborgenen Waldsees lüften können. Wer weiß, was sich dort versteckt. So, wir sind gesund gelandet, haben auch ein schönes Plätzchen für unser Lager gefunden. Hier seht ihr schon mal den See. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Richtig schön verwachsen. Es gibt kaum Uferplätze hier. Hier auf der Seite, wo wir uns befinden, sitzen öfters mal Karpfenangler. Und es ist ganz schön windig hier, ja. Ich habe immer noch meinen Fließpulli an. Aber das kann ja nicht schlecht sein, ja. Vor allen Dingen nach dieser langen Hitze endlich mal ein bisschen Abkühlung, ein bisschen Luftdruckänderung, ein bisschen Sauerstoff ins Wasser rein. Ja, und hier drüben ist der zweite Seebereich. Ja, der ist in der Mitte hier mit so einem Damm unterbrochen. Es sind immer so kleine Unterbrechungen hier im Schilfgürtel. Hier können wir uns schön austoben. Aber es ist doch einiges an Wasserfläche auf der Suche nach dem unbekannten Riesenweld. So, jetzt heißt es natürlich erstmal rödeln, alles aufbauen, alles vom Auto hier runter ins Wasser schleppen. Das Boot habe ich schon startklar gemacht. Ich habe hier ein altes Boot liegen. Ich habe meine beiden Batterien schon reingesteckt, Motor angeschlossen. Alles funktioniert. Ich bin mal gespannt, was die Teile können. Auf jeden Fall kein Gewicht und eine mega Leistung. Ich habe jetzt 150 AH auf dem Boot drauf, ja. Also das sollte auf jeden Fall reichen. So Fini, was sagst du? Fangen wir mal hier in Wels. Ich war ja schon mal hier. Einige von euch erkennen vielleicht das Gewässer. Kleinere Wels kamen beim aktiven Angeln. Und es ist auch ein sehr gutes Hechtgewässer. Ich bin sonst öfters mal hier zum Hechtangeln. Aber so richtig Ansitz, gezieltes Angeln auf große Fische mit Stellfischmontagen, habe ich hier noch nie versucht. Das werden wir jetzt machen. Ich habe, wie gesagt, keine Infos, was hier möglich sein kann. Ich weiß bloß, kleinere Welser habe ich schon gefangen. Und irgendwo werden diese wohl herkommen. So, wir bauen jetzt in aller Ruhe alles auf. Schauen dann später mal über die Montagen drüber. Und beginnen mit dem Auslegen. Vielleicht gehen wir auch erstmal aktiv raus. Im Echelot gucken. Vielleicht ein bisschen klopfen. Mal sehen. Ich warte jetzt noch auf meine Mitangler. Thomas und Christian. Die beiden Jungs begleiten mich jetzt bei der Tour. Christian, eine ganz lustige Geschichte. Hat es von seiner Frau, ich glaube zum Geburtstag geschenkt bekommen. Oder zu Weihnachten. Ich weiß es nicht genau. Es war eine mega Überraschung für ihn. Er schaut sonst immer meine YouTube-Filme. Und die Frau musste wahrscheinlich mitschauen. Und da hat sie sich gedacht, ich kontaktiere mal den Stefan. Hat mich angerufen. Dann habe ich gesagt, klar. Ich nehme den jungen Mann mal zwei Tage mit. So wie eine Art Workshop, ja. Freundschaftliches Angeln. Der freut sich mega. Die sind unterwegs. Ich bereite jetzt schon mal so weit das Camp vor. Und dann lernt ihr die beiden Jungs auch kennen. Und dann hoffen wir mal, dass wir was ans Band hier kriegen. Aber es ist spannend, wenn man nicht genau weiß, auf was man sich hier einlässt. Thomas ist angekommen und mit ihm das nächste Unwetter. Schaut euch mal den Himmel an. Jeden Moment wird es hier richtig knallen. Wir machen jetzt schnell alle Schotten hier soweit dicht. Boot ist soweit vorbereitet. Alles in Ausrüstung da. Routen liegen hier noch. Aber jetzt heißt es erstmal Zelte aufbauen. Wir stehen hier gut geschützt in den Bäumen. Auch keine großen Bäume. Müsst ihr immer darauf achten, wenn so ein Unwetter, so ein Gewitter über euch hinwegzieht, dass er nicht gerade unter irgendwelchen morschen Bäumen steht. Denn das kann relativ schnell schief gehen. Die sehen hier alle noch gut aus. Sind alle gut im Saft. Aber gleich wird es knallen. Alter Falter. Ja, also es ist immer noch mittags. Aber ich musste mich jetzt mal kurz ins Zelt flüchten. Und das Zelt ist natürlich mega dunkel. Draußen geht gerade die Welt unter. Absolut brutal. Ich habe es euch eben noch angekündigt im nächsten Moment. Kompletter Dauerregen. Donnergrollen. Ja, vielleicht Ballerwetter. Aber jetzt müssen wir mal eine kurze Pause hier machen. Wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Knallt richtig daraus. Ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Zieht vielleicht gleich durch. Aber... Richtig Alarm. Zum Glück alles in wasserdichten Taschen verpackt. Der ganze Teckel steht noch draußen. Wahnsinn. Aber die Zeit können wir uns nehmen. Es ist lange hell jetzt im Sommer. Kein Stress. Und bei dem Wetter draußen auf dem See ist eh Blödsinn. Genie. Alles gut? Na, hat vor nichts Angst. Aber vor Gewitter. Das macht es nicht so. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Teile kriegt ihr überall rein. Selbst in Spanien, im Geröll, in den Felsen. Vollmaterial, Edelstahl. Und hier haben wir so ein bisschen eine Kiesaufschüttung. Da kannst du die ganz leicht eintreiben. Das Gewitter ist vorbeigezogen. Leichter Nebel liegt überall auf dem See drauf. Da seht ihr wie hoch die Wassertemperaturen sind. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt gleich im Boot rausgehen und die ersten Spots suchen. Was es Echelot sagt. Aber ich rechne damit, dass wir hohe 20 Grad plus Wassertemperatur haben. Und da kann so ein Gewitter, so eine Auffrischung die Fische aktiv machen. So. Christian ist auch angekommen. Der baut gerade seinen Camp auf. Jetzt heißt es erstmal alles hier wetterfest machen. Ich glaube, da wird nochmal heute die ein oder andere Husche über uns drüber kommen. Und dann geht's los. So. Ich bin gerade dabei, die Montagen vorzubereiten. Wir werden sowohl Freestyle-Montagen einsetzen, aber auch Bohlen-Montagen. Für die Verbindung zur Reißleine nutzen wir hier unsere Multiclips. Eine mega Sache. Im Hintergrund seht ihr Christian und Thomas. Die versuchen noch ein paar Köfis zu fangen. Da können wir schön mixen. Als erstes der Multiclip. Dann folgt ein Schwimmer. Und bei den Vorfächern müssen wir jetzt ein bisschen experimentieren. Es kann sein, es kann euch an vielen Baggerseen passieren, dass wir auch Hechtattacken bekommen. Deswegen vertraue ich hier auf das Zeus Universal Leader. 16-fach geflochtener Schnur. Diese hält auf jeden Fall den Hechtzähnen stand. Aber auch unser herkömmliches Power Leader hat gut funktioniert. Oder auch eine monophile Angelschnur. 1,2er Mono hält den Hechtzähnen auch stand. Schauen wir mal. Aber darauf auf jeden Fall achten. Wenn ihr an Baggerseen oder stehenden Gewässern unterwegs seid. Kann euch auch am Fluss passieren. Aber Hechte sind allgegenwärtig. Und können sich auch, vor allem wenn ihr mit Deadbaits angelt, mit großen Köfis an euren Ködern vergreifen. Die nächste dunkle Wolke kommt am Hintergrund. Mal gucken, ob wir die Montagen fertig kriegen. Dann fahren wir raus. Routen scharf machen. Wenn alles draußen ist, kann ja Wetter kommen wie es will. Dann ist es wurscht. Hauptsache nicht nass werden. Im Hochsommer verrückt. Die letzten Wochen über 30 Grad. Und jetzt dieser Temperatursturz. Außentemperaturen waren auf der Autobahn. Im Auto glaube ich so 14, 15 Grad. Teilweise ging es auch runter. Wie wir angekommen sind auf 12 Grad. Und jetzt seht ihr ja. Ich habe richtig dicke Klamotten an. Schon wieder hockt man in der Hütte. War gerade am Montagenwursteln. Routen sind fast alle fertig. Und das nächste Unwetter zieht über uns drüber. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, wie cool hier in dem dunklen Front hier unsere Frontzone-Bleie leuchten. Werden wir auch testen am Baggersee. Diese Leuchtbleie. Ich zeige es euch mal. Ich mache mal das Licht von der Kamera aus. Schaut mal, nur durchs Tageslicht sind die so aufgeblasen. Also richtig krasse Glühwürmchen. Das werden wir jetzt noch montieren. Seht ihr mich? Warte, ich mache das Licht mal wieder an. Und dann fangen wir an auszulegen. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen aktiv rausgehen. Erstmal jetzt bevor es dunkel wird. Wird noch lange dunkel. Wir haben jetzt 14,45. Aber was ein verrücktes Wetter. Ausleger sind vorbereitet. Jetzt machen wir noch etwas Sinnvolles. Im Zelt schlafen. Es bringt ja auch nichts, bis der Regenruf wird. Bereiten wir lieber alles vor. So. Bojen aufblasen. Unglaublich das Wetter. Wirklich unglaublich. Aber da hinten kommt die Sonne raus. So. Wir nutzen jetzt die Regenpause aus. Angezogen wie im tiefsten Herbst. Ich jedenfalls. Hier vorne ist Christian. Wir machen noch eine kurze Hose an. Alles soweit vorbereitet im Boot. Bojen. Die Ausleger. Aber jetzt schauen wir mal. Der See fällt auch relativ tief ab. Also wir haben jetzt hier schon fast 8 Meter. Hier seht ihr überall Kleinfische rumwuseln. Und wir werden jetzt mal ein bisschen pokern in der ersten Nacht. Wir werden auf jeden Fall eine an dem gegenüberliegenden Ufer Freestyle anbieten. Vielleicht einen Köder richtig in die Mitte über eine Bohlenmontage setzen. Und einen Köder hier drüben an dieser Halbinsel sage ich mal. Die überall diese Durchbrüche hat. Präsentieren. Und dann mal schauen wo Aktion kommt. Hier drüben haben wir einen ganz interessanten Flachwasserbereich. Also überall Uferkraut. Die geht jetzt schön die Kante hoch. Und hier seht ihr auch überall Fisch. Und an so einer Kante werden wir anfangen jetzt einfach mal zu versuchen. Hier ist die Fischaktion. Richtige Weißfischschwärme sind unterwegs. Und diese Kante zieht sich jetzt hier so drüben entlang. Das Ufer hier runter. Prädestiniert für eine Freestyle-Route. Gehe ruhig zweimal drumherr. Wichtig ist beim Anbinden von diesen Freestyle-Montagen, dass ihr euch relativ starke Äste sucht. Also nicht zu dünne Äste, die dann nur hier mitfedern. Da muss schon Bums da sein. Damit, wenn der Biss kommt, der Fisch auch sicher gehakt werden kann. Genau, das legt man schön hier oben drüber. Dann muss man die Höhe haben. Dann fahr ich ein Stück raus. Wir suchen uns die richtige Tiefe. Hier fällt es langsam ab. Hier seht ihr überall auch wieder Kraut im Uferbereich. Also definitiv ein Platz, wo das Futter sich hinstellt. So, hier fällt die Kante jetzt runter. Wir gehen noch ein Stück weiter nach hinten. Dann ist nicht ganz ins Flache. Hier kommt noch ein bisschen Kraut jetzt hoch. Hier kommt noch mal Kraut hoch. Hier sind wir bei 4 Meter. Wir nutzen zur Verbindung zwischen unserer Montage und dem Ausleger eine 38er Mono. 0,38 mm. Das ist perfekt. Also nicht zu dick. Ich seh das nochmal schön. Genau in die Kante gesetzt vor das ganze Kraut. Beim Zurückfahren ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr das nicht über eure Rollenbremse macht. Sondern die Schnur durch die Hand laufen lasst. Unsere zweite Montage werden wir jetzt hier an dieser Uferkante präsentieren. Aufgrund des Winkels zum Angelplatz werden wir jetzt hier eine Boje einsetzen. Das läuft jetzt hier von dem tiefen Seebereich fast wie eine Wand hier am Ufer hoch. Und ich glaube, dass an dieser Kante sich da was abspielen wird. Der Fisch ist auf jeden Fall unterwegs. Wir setzen die Boje jetzt bei knappen 6 Meter abfallend. Und dann sitzt unser Köter später schön an der aufsteigenden Kante, wo es hier hoch geht in diesen Kraut-Gras-Bereich da. Nehmt auf jeden Fall mindestens 1-2 Meter mehr als die Wassertiefe. Damit sich die Schnur zur Boje jetzt schön unter Spannung reinlegen kann. Nicht zu viel Druck entsteht. Knapp über Grund ist unser Köter zur Boje hingestellt. Unglaublich und plötzlich scheint die Sonne. Die Regenjacke ist schon weg. Wahnsinn, wie das Wetter wechselt aktuell. Dieses Eck hier sieht doch definitiv welzverdächtig aus. Überall Totholz im Wasser. Oben eine leichte Krautkante. Dann fällt schön die Kante ab. Das Totholz ragt relativ weit ins Wasser rein. Ich habe meinen Ausleger jetzt hier hinten an diesem toten Baum befestigt. Ich bin genau vor die Kante vom Holz gegangen. Und hier kommt jetzt meine Freestyle-Montage. Kann ich euch jetzt mal schön im Detail erklären, wie es aufgebaut ist. Am Ausleger, an der Auslegerschnur, die hier hinten an den toten Baum geht, kommt ein leichter Ausleger. Dann ein Verbindungswirbel für die Reißleine. Kurzes Stück. 0,38er Reißleine. Schwimmer. Über dem Schwimmer läuft unser Multiclip zum Halten der Reißleine, zur Fixierung an der eigentlichen Montage. Und hier geht es weiter zur Route ans Ufer. Beim Spannen wird das ganze System schön über Wasser gehalten. Also wie ihr seht, hängt deutlich über der Wasseroberfläche. Meine komplette Montage, meine komplette Schnur. So kann der Wels keinen Verdacht schöpfen. Der Schwimmer sitzt nicht auf der Wasseroberfläche auf. Überhaupt keine Störquellen, nichts Verdächtiges. Und genau im vorderen Bereich, vor diesen toten Ästen, die hier ins Wasser reinragen. Die Freestyle-Montage zählt zu den einfachsten, aber effektivsten Welsmontagen, die wir einsetzen können. Und das betrifft nicht nur das Angeln an stehenden Gewässern wie hier am Baggersee. Das könnt ihr auch am Fluss einsetzen. Überall dort, wo es sich anbietet, wo ihr so ein Areal habt, einen Köder irgendwo in Spannentfernung präsentieren, fixieren zu können. Das Wichtigste ist bloß, wenn ihr dieses Freestyle-Angeln macht, dieses Spannangeln, egal ob zu einer Boje oder irgendwo euren Ausleger an einem Baum oder irgendeinem Gegenstand hier an der Wasserkante fixiert, achtet darauf, dass ihr keine anderen Angler dadurch stört oder gefährdet. Es ist nicht überall erlaubt oder zulässig, dass ihr irgendwo Schnüre über der Wasserlinie durch die Luft laufen lassen könnt. Achtet darauf, dass da kein Blödsinn passiert. Und dann habt ihr aber eine ganz effektive Spannmontage, Freestyle-Montage im Einsatz. Da werden wir jetzt noch zwei weitere setzen. Weiter geht es mit dem Auslegen. Ich glaube, jeden Moment werden wir wieder nass werden. Im Moment sind noch ein paar blaue Flecken zwischen den Wolken, aber es wird nicht lange anhalten. Fängt schon wieder leicht an zu tröpfeln. Diese Freestyle-Montage haben wir direkt vor einem größeren Krautfeld präsentiert. Da kommt auch noch ein alter toter Baum unten hoch. Und hier geht das Kraut direkt bis an die Kante, wo es tief abfällt. Zwischen den Krautgürteln sind überall so kleinere Unterbrechungen. Wahrscheinlich von Karpfen, die diese Wege hier nutzen, um am Ufer hinten zu fressen. Sieht man auch überall kahle Stellen im hinteren Bereich, wo richtig der Kies rausguckt. Und solche Eingänge hier finde ich mega interessant. Und da sollte auf jeden Fall auch eine Montage davor abgesetzt werden. Auch wieder ganz einfach. Gleiches System hinten an einem herausragenden Ast. Schön über der Wasserkante angebunden. Mit dem Ausleger bis hier vor an die Kante gegangen. Ein kurzes Stück Reißleine. Dann die Verbindung zu unserem Multiclip. Und dann auf direktem Wege rüber zum Angelplatz. Einfacher und zugleich unauffälliger geht es eigentlich nicht. Hier ist jeder Angelplatz mega spannend. Also ihr könnt da definitiv augenscheinlich überall so eine Freestyle-Montage anbieten. Die Krautgürtel, die überhängenden Äste. Der Schatten hier im Uferbereich fällt richtig schön schnell tief ab. Je weiter weg ihr von eurem Angelplatz angeln möchtet mit dieser Freestyle-Montage, mit der Spannmontage, desto höher müsst ihr natürlich auch euren Ausleger anbringen, um die ganze Schnur auf der Entfernung noch aus dem Wasser zu bekommen. Da oben im Hintergrund zählt er unseren Angelplatz. Das ist jetzt die weiteste Route sehr weit weg. Und deswegen hier in Stehhöhe im Boot. Ich bin knappe 2 Meter, 1,93 Meter groß. Und habe noch deutlich über meine Körperhöhe, Körpergröße hier angebunden. Also circa in einer Höhe von 2,20 Meter, 2,30 Meter wird es sein. Da kann ich auf jeden Fall sicher sein, dass ich meine Schnur auch auf dem direkten Wege auch aus dem Wasser heraus bekomme. Deswegen setze ich auch zur Fixierung der Reißleine, die ich später mit meiner Hauptmontage verbinde, diese ganz kleinen, leichten Ausleger ein. Vollkommen ausreichend. Wenig Gewicht in der gespannten Montage. Kann sie gut wiederfinden bei Nacht durch das Reflektorband. Einfach, aber effektiv. Genau hier vorne im perfekten Winkel zu unserem Angelplatz ist eine sehr, sehr weit gespannte Route. Deswegen habe ich auch sehr, sehr weit oben angebunden, um die Schnur noch aus dem Wasser zu bekommen, sitzt die letzte Montage, die weiteste Montage. Großer Baum kommt da übers Wasser. Perfekt zur Fixierung des Auslegers. Hier vorne kommt ein Krautfeld raus. Genau in diesem Dreieck, in diesem Kessel, haben wir unseren Deadbait präsentiert. Hier an dieser Kante der kleinen Insel, die hier in der Seemitte empor kommt, haben wir natürlich keine Möglichkeit, eine Freestyle-Montage zu setzen. Und da greifen wir auch hier auf eine Bojen-Montage zurück. Dieser aufblasbare Körper der Bojen hat eine sehr geringe Geräuschentwicklung auf der Wasseroberfläche. Schöner langer Ausleger bis hin zur Montage, damit auch der Wels durch den Abstand, wenn jetzt Wind oder Welle kommen würde, das Schwappen der Bojen nicht als Gefahr erkennen kann. Also einen schönen Abstand zu eurer Montage. Und ich zeige euch mal vorne. Ist auch alles komplett aus dem Wasser rausgespannt, sodass Kraut oder irgendwas unten durchtreiben kann. Und auch hier vorne der kleine leichte Ausleger bis hin zum Schwimmer zu eurer Montage. Alles aus dem Wasser. Der Schwimmer sitzt ganz leicht auf der Wasseroberfläche auf. Reißleine aus dem Wasser draußen. Hier könnt ihr das ganze System nochmal schön aus der Nähe erkennen. Kein großes Hexenberg, nur dass halt beim Angeln mit der Boje der Schwimmer leicht die Wasseroberfläche berührt. Aber ich nehme dann gerne solche konischen hier, also nach unten spitz zulaufenden Schwimmer in dem Fall. Der sitzt dann ganz leicht auf. Und sonst berührt hier auch gar nichts. Seht ihr ja jetzt, wenn ich es loslasse, die Wasseroberfläche bis vor zu unserem Angelplatz. Also wenn jetzt Kraut hier aufkommen sollte, über den See treiben oder Esst oder Stöcke oder auch an einem Fluss mit leichter Strömung, wird da alles problemlos. Könnt ihr jetzt schön erkennen unter eurer Montage hindurch gleiten. Eine Route haben wir noch und dann sind wir schon safe. Wir sind jetzt schon im zweiten Seeteil, haben die gleiche Taktik verfolgt wie auch drüben. Boje an der inneren Kante. Auf der weiten Entfernung ein Top-Worder, wie ihr es drüben gesehen habt. Und jetzt werden wir uns hier jetzt noch einen Platz raussuchen. Und dann heißt Daumen drücken. Ich bin gespannt, was hier passiert. Die Wallerrouten sitzen. Thomas ist oben und bewacht unser Ufercamp. Ich bin jetzt mit Chris mal raus. Wir probieren ein bisschen mit dem Wallerholz den Jungs auf die Schliche zu kommen. Saftiges Tauwurmbündel. Der Real Warm Teaser drüber. So starten wir jetzt mal den Abend. Aktives Angeln. Boing. Da ist der letzte Gummifaden runtergeflogen. Und dann geht es zurück an den Spot. Guckt mal hier, wie der Alarm macht unter Wasser. Da. Da drunter ins Bild. Hier ist die erste Köderlinie und da kommen die zweite. Genau. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall ein Bild testen. Aktives mit passivem Angeln ein bisschen switchen. Schaut mal hier auf dem Echolot. Hier sind unsere Köderlinien. Und hier oben alles mit Futterfisch. Nach dem Wetterwechsel, nach dem Unwetter, das richtig Leben im Wasser. Wassertemperatur 22 Grad. Knapp 23 Grad. Vor zwei, drei Wochen war es hier an den 10 in der Umgebung 25, 26, teilweise 27 Grad. Ich glaube, ihr habt ja den Karpfenfilm gesehen. Den habe ich hier ganz in der Nähe gedreht. Da hatten wir fast 27 Grad Wassertemperatur. Und da habe ich euch schon prophezeit. Wenn die ersten Gewitter kommen, der erste Regen, Umwälzung im Wasser, neuer Sauerstoff im Wasser, dann sind die Karten neu gemischt. So, der erste Fisch ist am Band. Wieder beim Klopfen, beim aktiven Angeln. Kuppeln, 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 bis er nicht weg geht. Das ist auf jeden Fall eine größte Welt bis jetzt. Ich hätte fast. Da ist die Krumm-Yellow. Der Yellow-Zauberstab. Na, der macht schön alarm. Der macht schon gut, ja. Natürlich. Dann mal dürft ihr raten, auf welchen Köder. Wird aber gleich sehen. Wunder langsam. Jetzt müssen wir die Rute abgeschmissen. Die Nachbote, den kannst du noch. Der Real Warm Teaser hat wieder geliefert. Alter Falter. Petri Heil. Petri, danke. Vielen Dank, ey. Geil. Alter, du nein. B3. Da ist er der Erste. B3 Chris. Dankeschön. Wörmer am Real Worm Teaser. Aktives Angeln bringt uns den ersten Erfolg. Da im Hintergrund seht ihr eine unserer Freestyle-Montagen. Und in unmittelbarer Nähe konnten wir jetzt mit dem Wallerholz beim aktiven Angeln den ersten Fisch hier verführen. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, an irgendeinem euch unbekannten Gewässer unterwegs seid, versucht auf jeden Fall, aktives mit passivem Angeln bestmöglich zu mixen. Denn so kommt ihr am schnellsten zum Erfolg. So, wir werden jetzt nochmal versuchen, hier in den anderen Seeteil rüber zu kommen. Es bringt nichts, in so stehenden Gewässern längere Zeit an einer Stelle hier rumzuklopfen. Wir müssen es irgendwie schaffen jetzt, in den Bereich zu kommen, wo Fische sind. Und dann, wenn die Dunkelheit jetzt einkehrt, haben wir jetzt halb neun, werden wir auch ans Camp vorfahren. Und auf die ausgelegten Deadbaits und Wurmbündel hoffen. Mit dem letzten Licht und auch wieder im leichten Nieselregen fahren wir ans Camp zurück. Wir waren jetzt lange draußen, aber im Regen beim Klopfen, außer den einen Steiger, war jetzt echt nichts mehr los. Gar nichts mehr. Jetzt heißt es ans Ufer ran. Mal schauen, ob die Stellfischruten uns noch ein bisschen Glück bringen heute Nacht. Mal schauen, ob die Stellfischruten uns noch ein paar Jahre alt ist. Wir gehen noch mal ein Stück raus mit dem Boot. Wir hatten vorhin schon mal so eine Fehlattacke. Ich habe euch den Köfi aufgehoben. Ich wollte ihn euch nachher mal zeigen. Nächste Aktion jetzt. Wieder auf dem Deadbait, drüben an der Uferkante. Diesmal hat der Ghost Hook gehakt. Ich habe mir professorisch mal einen Raubfischkecher mitgenommen. Ich glaube nicht, dass das Wels ist. Doch, Wels. Wels. Ich habe gedacht, das wäre ein Hecht. Kein Riesenwels, aber der zweite Fisch jetzt. Das ist jetzt am ersten Abend hier. Und zum Blei, Clone the Dark. Hier unterm Kraut hängt es. Und der Ghost Hook hat es jetzt gerichtet. Einer beim Aktivangeln. Einer auf die Freestyle-Route. Ja, und von dem hier wollen wir die Big Mama. Aber immerhin passiert das. Die geht dir heilen. Oh, ist es so weit, wa? Ja, ist weit, ja. Dritte Aktion. Der zweite Fisch, der jetzt hängt. Wenn es dunkel wird, kommt es aus den Löchern. Und die passiven Routen, die Ansitzrouten, gehen rum. Schau, ich komme nicht mehr hin. Alter Falter. Ja, und von den Jungs hier suchen wir die Mama. Irgendwo müssen sie ja herkommen. Besetzt wurden sie nicht. Aber wir sind auf den richtigen Spuren. Wenn die Montage passt, und das ist wichtig, könnt ihr auch die kleineren Artgenossen haken. Dritte Fisch jetzt. Im ersten Tag. Beziehungsweise mittlerweile in der ersten Nacht. Hier am verwilderten Waldsee. Also sensibler geht es definitiv nicht. Die Bissanzeiger sind der absolute Wahnsinn. So, die Routen sitzen alle wieder, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben kurz vor Mitternacht. Und sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Auf der Suche nach dem Urwels hier vom Baggersee. Drei Aktionen hatten wir jetzt beim Ansitzangeln. Zwei Fische gefangen. Noch nicht die Riesen. Aber Fakt ist, die Montagenhaken. Alles passt. Und dort, wo ein kleiner Wels kommen kann, kann natürlich auch ein dicker kommen. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Was mich am meisten wundert, bisher keine Hechtattacken. Das erlebt man sonst oft am Baggersee. Abwarten. Und morgen früh, ich habe sie auf die Seite hier gepackt, zeige ich euch mal die verballerten Köder, wie sowas aussieht. Dass ihr definitiv erkennen könnt, den Unterschied zwischen Hecht oder Wels. Bis später. Bis zum Biss. 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 Der Ghost Hook hat gegriffen, der Maulfalde. Vierte Aktion jetzt, dritter Fisch. Wo ist die Mama? Wir bleiben dran, wir bleiben dran. Guten Morgen, schön verballert sehen wir aus. Ich könnte, glaube ich, noch zwei, drei Stunden Schlaf gebrauchen. Leichter Nebel liegt auf dem See, da seht ihr ganz deutlich, was die warmen Wassertemperaturen hier am Morgen ausmachen. Gestern Abend, wie wir hier noch am Werken waren, kam es einem vor wie in der Badewanne, wenn man dann sich mal die Hände am Wasser gewaschen hat. Also wirklich verrückt. Ja, und es hat gut gescheppert. Vier Fische gefangen, den ersten gleich beim Aktivangeln in der Dämmerungsphase. Dann vier Aktionen auf die Bojen- bzw. Freestyle-Montagen. Drei Fische davon gehakt. Nicht die Riesen, aber es war gut was los. Und wie sagt man so schön, da wo die Kleinen sind, muss ja irgendwo auch der Papa bzw. die Mama rumschwimmen. Aber es war schon sehr, sehr auffällig, die meisten Bisse nur in dem einen Seeteil hier, aus welchem Grund auch immer. Entweder ist mehr Futter hier in diesem Seeteil oder waren sie gestern da einfach aktiver. Also die zwei Routen auf der anderen Seeseite drüben hatten keine Aktion gebracht und hier drüben hat es richtig gut gescheppert. Jetzt werden wir heute Abend ein bisschen was umstellen. Heute tagsüber gehen wir auf jeden Fall nochmal aktiv raus. Ich zeige euch nachher nochmal, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, das Vorfach, was zum Einsatz kam und wie ihr es genau bauen könnt. Also Ghosthook und Einzelhaken hat ja wirklich mega gehakt. Und was kleine Wälse sicher hakt, das hakt natürlich auch große sicher. Oftmals erzeugen diese kleineren Fische Fehlbisse und das soll natürlich nicht sein. Und mit dem richtigen Vorfach fangt er dann alle Kategorien. Und wir versuchen jetzt auf jeden Fall, gute 24 Stunden haben wir noch hier an diesem Gewässer. Dann geht es für Christian, Tom und mich wieder in die Heimat, noch einen dicken abzuholen. So, jetzt erstmal einen Kaffee, dann bauen wir ein bisschen was um, werden nochmal aktiv rausgehen und dann zeige ich euch nochmal das Vorfach, wie ihr es ganz einfach zu Hause selber bauen könnt. Wir grüßen euch schon wieder aus dem feinsten englischen Nieselregen. Heute Mittag hat der Regen wieder eingesetzt, das Wetter spielt verrückt. Wir haben unsere Routen durchkontrolliert, teilweise auch umgesetzt in das Gebiet, wo gestern Nacht die ganzen Aktionen kamen. Da muss man drauf reagieren, also da erkennt ihr auch ganz deutlich, dass am Baggersee nicht jeder überhängende Ast, jede interessante Kante, jedes Krautfeld gleich gut sein kann. Manche Plätze haben gestern Aktion gebracht und andere wiederum sind komplett tot geblieben. Also keine Fischaktivität zu verzeichnen gewesen. Und wir haben was ganz Interessantes bemerkt, will ich euch auch mal zeigen. Wir hatten auch noch ein paar Fehlbisse, klar, das kann vorkommen. Um euch mal zu zeigen, damit ihr, wenn ihr unterwegs seid, am stehenden Gewässer eine Aktion bekommt, später genau wisst, um welchen Raubfisch es sich handelt, der sich da in eurem Köder vergriffen hat. Ich habe hier mal zwei von unseren Deadbaits aufgehoben. Finde ich, klar, die riechen lecker, aber du musst jetzt mal kurz aus dem Bild gehen. Hier oben eine Schleie, hier unten eine Karausche. Und hier erkennt ihr schön, dass sich da ein Raubfisch dran vergriffen hat. Fangen wir mal mit der Schleie hier kurz an. Komplett abgezogen hier, diese Haut, das Schuppengleid von der Schleie. Ganz glatt, keine Einrisse drin. Und wenn euer Köfi dann so aussieht, könnt ihr definitiv davon ausgehen, hier war ein Waller am Berg. Einfach so richtig abgeraspelt, wie wenn er mit Schmirkelpapier über den Fisch drüber geht. Definitiv Welsalarm, Welsaktion hier an eurem Köfi. So, und hier drüben bei der Karausche, sieht anfangs fast gleich aus. Fehlt ein Großteil der Schuppen. Aber wenn er den Fisch jetzt so ein bisschen biegt, erkennt er schon hier überall diese Risse im Köfi. Und das sind Hechtsähne. Und das kommt immer wieder vor, sehr häufig beim Angeln in stehenden Gewässern. Kann euch auch am Fluss passieren. Aber an Baggerseen habe ich das sehr häufig, dass sich Hechte an euren Deadbaits vergreifen. Hude klingelt auch, kann man auch kurz runter gehen. In vielen Fällen hängt auch der Hecht dann sicher. Aber hier, wie gesagt, ist er davongekommen. Der Hecht nimmt ja den Köder ganz anders als ein Wels. Der Hecht packt auf den Köder, was hier der Fall war. Beißt komplett drauf, schwimmt damit los, treten irgendwann und dann nimmt er ihn richtig. Fängt ihn an zu schlucken. Und das ist ja das beim Hechtangeln, wo es dieses alte Sprichwort gibt. Fünf Minuten warten nach dem Biss oder wenn der Fisch nur abzieht, ist viel zu lange. Ja, vom Deadbaiten weiß ich das. Da könnte er teilweise auch komplett anschlagen, wenn er ihn richtig hat. Aber Hechte attackieren oft an der Seite. Gehen dann ein bisschen mit dem Köder noch spazieren und dann wird er gedreht. Und geschluckt. Und hier erkennt er ganz schön diese Hechtsehne. Diese richtigen Schnitte drin im Fisch. Da war er zu Gange. Also wenn ihr unterwegs seid und bekommt eine Fehlattacke, da könnt ihr relativ schnell erkennen, welcher Räuber sich an eurer Montage vergriffen hat. Hier unten an der Schleie wels, diese Abschabung und hier an dieser Karausche definitiv hecht durch die ganzen Schnitte im Köfi die Hinterlassenschaften vom Krokodilmaul. Da erkennt man hier schön. So, und das werden wir gleich nutzen jetzt hier. Ich habe euch ja noch versprochen, euch zu zeigen, wie wir unsere Vorfächer hier bauen, bestehend aus dem Mega-Hook und aus dem Ghost-Hook. Und wie die Haken am Deadbait, am Köderfisch, genau gesetzt werden, hier beim Angeln in stehenden Gewässern. Bauen wir mal schnell so ein Vorfach zusammen. Ich hole mir alles, was ich brauche. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Wirklich wechselndes Wetter, aber ich glaube, gestern Abend, beziehungsweise gestern Nacht, hat es also gut geraucht hier durch diese Luftdruckänderung. Wenn dann so eine Regenfront durchkommt, Gewitter durchkommt, da reagieren die Fische natürlich jetzt zur Sommerzeit besonders gut drauf. So, ich habe euch mal hier alles zusammengesucht, was wir brauchen für so ein perfektes Vorfach. Ich brauche den Mega-Hook, Größe 8.0. Die Ghost-Single-Hooks in diversen Größen, je nachdem, wie groß eure Köfis sind, die ihr einsetzen wollt. Vorfachmaterial, ich nutze sehr gerne hier dieses Zeus Universal Leader oder auch unser normales Vorfach, aber diese Schnur hier ist halt 16-fach geflochten. Und wie gesagt, es kann immer wieder vorkommen, am Baggersee, dass Hechte drauf gehen und da auf jeden Fall auf gute, haltbare Komponenten achten. Oder ihr nehmt halt Mono-Vorfach. Aber am See, wie gesagt, habe ich sehr gerne geflochten, weil es einfach weicher ist, weil es besser fällt, weil es einfach, meiner Meinung nach, besser hakt im stehenden Gewässer. Im Fluss, Mono, aber wie gesagt, das könnt ihr ja testen. Bei euch am See, ich mag sehr gerne die geflochtenen Vorfächer. Ich ziehe mir da jetzt einfach, easy going, sagen wir mal, einen guten 1,50 Meter runter. An's Ende von eurem Vorfach macht ihr so einen kleinen Sicherungsknoten. Zack, ganz normaler Knoten. Jetzt nehmt ihr als erstes euren Ghost Hook. Ich nehme jetzt einen Ghost Hook in der Größe 7-0. Der Ghost Hook hat den Riesenvorteil, die meisten von euch kennen ja, dass ihr den an jeder beliebigen Stelle vom Köfi fixieren könnt, durch diese Nadeln hier oben am Hakenschaft. Mit dem Drilling habt ihr immer das Problem, den müsst ihr irgendwo durchbohren, wieder ausstechen. Der hängt dann irgendwie komisch am Köder. Und die Ghost Hooks können halt ganz toll an einem beliebigen Ort vom Köfi fixieren. Und die stehen dann, jetzt zum Beispiel hier von der Schleie, ganz aggressiv seitwärts vom Köder ab. Ja, ganz perfekte Hakeigenschaften, verspricht es euch. Aber das zeige ich euch gleich. So, als erstes fixieren wir unseren Ghost Hook auf dem Vorfach. Hierzu gehen wir ganz einfach mit dem Schnurende eures Geflechts von hinten nach vorne durchs Hakenraddurch und legen das Ganze, da müsst ihr darauf achten, mit eurem Sicherungsknoten vor den abgehenden Spitzen an. Jetzt nehme ich die Schnur und wickel die sechsmal zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und gehe mit dem Schnurende wieder von hinten nach vorne diesmal durchs Hakenöhr wieder raus. Das ist der sogenannte No-Not. Kein Knotenknoten, nur durch Wicklungen, aber er hält bombenfest. Um diese Wicklung schön ein bisschen abzuschließen, ein kurzes Stückchen Gummi drüber. Nehmen wir mal hier das dezente Braun. Brickcube in der Stärke 3x6 mm. Schneide ich mir einfach ein kleines Stückchen runter. Ja, Fini, die Fini wartet schon, die will wieder raus zum Klopfen. Hat ja gestern in dieser Phase am späten Nachmittag auch super geklappt. Einfach draufschieben. Zack. Ein bisschen anfeuchten. Dann schiebt er das gerade über die Wicklung so ein Stück drüber. Das reicht schon, ja. Nicht zu weit. Also nicht so, dass der Schlauch hier das Öhr übersteht. Nur, dass die Wicklung schön geschlossen, geschützt ist. Und so kann der Haken perfekt fallen, perfekt drehen. Später, wenn eine Aktion kommt. So, und jetzt kommt es darauf an, wie groß eure Köfis sind. Mit dem geflochtenen Vorfach habt ihr natürlich den riesigen Vorteil. Ihr könnt auch später noch euer Vorfach dem Köderfisch perfekt anpassen. Ich wähle jetzt ungefähr meinen Abstand zum Einzelhaken von circa 20 cm. Mega-Hookgröße 8.0 wird jetzt verbaut. Ihr könnt auch in der Größe 6.0 den Haken benutzen, wenn ihr kleinere Köder einsetzt. Wie gesagt, die Hakengrößen sind immer so ein bisschen abhängig von eurer Köfi-Größe. So, mit dem Einzelhaken geht er jetzt wieder gleiches Spiel. Von hinten nach vorne durchs Haken oder durch. Passt euch diesen Abstand jetzt erstmal an. Wir haben ja circa von 20 cm gesprochen. Fixiert das Ganze mit Daumen und Zeigefinger. Geht dann mit der Schnur zurück und wickelt wieder sechsmal zurück. Schön nebeneinander. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und mit dem Ende des Geflechts durchs Hakenöhr wieder nach vorne raus. Kein Hexenwerk. Stramm ziehen. Ja, neuer Hauptvorfach, bestehend aus dem Ghost Hook. Und der Mega Hook ist eigentlich schon fertig. Hier schieben wir wieder ein kleines Stückchen Gummi drüber. Wieder ungefähr in der Länge, wie eure Wicklung am Haken ist. Leicht anfeuchten. Nur, dass diese Wicklung einfach ein bisschen mit dem Gummi besetzt ist. So ist ganz perfekt. Und der Haken kann wunderbar drehen. So, und über die beiden Haken setze ich jetzt mein Blei. Viele setzen ihr Blei ja auf die Hauptschnur, über den Wirbel. Und dann kommt das Vorfach. Aber ich setze das Blei direkt aufs Vorfach drauf. Wieder circa 20 cm über das System. Um meinen Köder exakt in dieser Tiefe präsentieren zu können, wo ich ihn haben möchte. Da nehme ich mir jetzt einfach wieder ein Stückchen Schlauch. Gerne wieder in der gleichen Stärke. Nehmen wir jetzt mal den gelben. Ist ja Wurst, damit ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. Ihr könnt ja den gleichen nehmen, der auch am Haken verwendet wurde. Einfach zur Fixierung des Bleis. Gehe jetzt einfach durch das Stückchen Schlauch hier durch. Gehe nochmal durch. Und habe so den perfekten Schnurstopper, der meine Schnur nicht beschädigt. Auch lautlos ist. Aber das Blei perfekt hält. Mit lautlos meine ich, dass da nichts mehr klappert. Seht ihr jetzt hier, der Gummi ist dadurch überschlagen. Zack. Frontzone Blei kommt aufs geflechten Vorfach drauf. Wir haben hier Blei zwischen 40 bis 60 Gramm im Einsatz. Immer je nach Strömungsverhältnissen, Windverhältnissen, Wellenverhältnissen. Das Frontzone Blei wird jetzt einfach auf euer Vorfach drauf geschoben. Wird durch den überschlagenen Gummi perfekt gestoppt. Ich habe jetzt hier das Cloned Dark Blei im Einsatz mit einem Gewicht von 40 Gramm. Es kommen Blei zum Einsatz zwischen 40 und 60 Gramm. Je nach Wind, Welle oder Strömung an euren Gewässern. Wir haben auch schwarze, ganz normale, herkömmliche Blei im Einsatz. Aber ich teste immer gerne, ob diese Leuchtblei, diese Cloned Dark Blei, ich habe es euch ja gestern im Zelt gezeigt, was die für eine Leuchtkraft entwickeln unter Wasser, irgendeinen Vorteil bringen. Hier am Baggersee hat es gestern Nacht gut funktioniert. Im unteren Bereich ist das Blei jetzt schon super fixiert. Oben fixiere ich es auch nochmal, dass es auf jeden Fall nicht mehr rutschen kann. Wieder ein kurzes Stück Gummi. Einfach als Bleistopper auf euer Vorfach aufziehen. Nochmal im rückwärtigen Wege durchfädeln euer Geflecht. Dadurch überschlägt sich der Gummi. Den Gummi ranschieben. Und euer Blei ist ganz sicher auf dem Geflecht, ohne die Schnur zu beschädigen, fixiert. Abstand noch ein bisschen einstellen. Ich probiere es euch jetzt mal zu zeigen, wieder in der Hand hier. Es ist ja noch hell, aber vielleicht erkennst du die Kamera, wie das schon wieder nur durchs Tageslicht jetzt leuchtet. Was das für eine Leuchtkraft hat. Und ich bin ja der Meinung, Licht bringt Fisch. Ich experimentiere halt gerne mit diesen Sachen hier rum, mit Farben, mit diesen Leuchtbleien hier im Wasser. Der Waller sieht besser, als die meisten Angler vermuten. Ja, und jetzt ist unser Vorfach im Großen und Ganzen eigentlich schon einsatzbereit. Fertig. Seht ihr, wie schnell und einfach das zusammenzubauen geht. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir unsere Köfis am Vorfach fixieren. Wichtig ist natürlich bei den Deadbaits, dass ihr, ich nehme jetzt mal hier die Schleie, wo die Fehlattacke von Waller drauf war, dass ihr den Köder so fixiert oder an euren Haken präsentiert, dass er möglichst aufrecht im Wasser steht. Und dann durch Wind, Welle, leichte Bewegungen, kommt ja immer ein bisschen Leben in den Köfi rein. Aber ganz wichtig ist mir diese waagerechte Köderpräsentation. So, den ersten Haken, den Ghost Hook, setze ich dem Köfi hier direkt hinterm Kiemen im Kopfbereich. Schaut mal, wie der Ghost Hook jetzt aggressiv an der Seite hier steht. Steht perfekt ab, das kriegt er mit keinem Drilling und sowas hin. Und den Einzelhaken, den passe ich jetzt an. Jetzt seht ihr, was ich meine, dass das Vorfach flexibel ist, wenn ihr es aus Geflecht gebaut habt. Könnt ihr jetzt einfach hier zurückwickeln und die Ködergröße perfekt anpassen. Und mit dem Einzelhaken gehe ich jetzt direkt in den Bereich der Rückenflosse, knapp hinter der Rückenflosse. Und der Reich ist so eine sehr realistische Präsentation eures Köfis und eurer Montage. Beide Bereiche, sowohl der Kopfbereich als auch der Schwanzbereich, wo der Waller den Köfi angreifen wird, sind jetzt perfekt mit einem Haken ausgestattet. Ich vermute, dass der Weltsitz hier in dem Fall an der Fehlbissschleie, so wollen wir es mal nennen, von vorne gekommen ist. Der Ghost Hook war auch rausgerissen aus dem Köder nach dem Fehlbiss, aber er war nicht gehangen. Kann passieren, aber in den meisten Fällen funktioniert dieses System super zuverlässig. So, so sieht es aus. Einfach und schnell zusammengebaut. Probiert es mal aus. Testet euch das selber durch. Wir fahren jetzt raus, checken nochmal alle Routen durch und spekulieren auf die nächste Nacht und drückt uns die Daumen, dass wir heute Nacht die Mutti oder den Papi, dieser Waller, die wir gestern Nacht mit den Ansitzrouten fangen konnten, ans Band bekommen. Irgendwo müssen die Eltern hier unterwegs sein. Und genau das macht es sehr spannend. Also ich muss schon sagen, vom Test her, meine neuen Lime-USB-Akkus, bin ich sehr zufrieden damit. Der 50Ah-Akku. Die 50Ah-Batterie hängt jetzt seit gestern Mittag dran, gute 24 Stunden. Wir sind viel gefahren, gestern beim Klopfen und dann auch noch später beim Auslegen. Sechs Routen damit gezogen und dann auch noch die Routen nachgesetzt nach den Fischaktionen gestern Nacht. Und der Motor, könnt ihr selber mal schauen, zeigt jetzt noch 12,5 Volt an. Nicht schlecht und die 100Ah-Batterie steht immer noch als Notreserve im Boot. Bin begeistert, bin begeistert. Ich bin auch hier im Regen, also bisher keine Nachteile, haben schön Power auf dem E-Motor hier. Kann man mal machen. War definitiv kein Fehlgriff für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eben hatten wir eine Fehlaktion, einen schönen Fehlbiss, noch vor der Dämmerung. Ich habe jetzt mal die Rute gecheckt, kontrolliert. Seht ihr, das hier, die Risse hier oben im Köder, das war definitiv Hecht, Hechtzähne. Der ist hier drauf gewumst, knapp hinterm Haken. Ja, hier hinten erkennt ihr die Hechtzähne. Aber fängig ist der noch, ist noch nicht viel passiert. Lass mal wieder runter. Bin mal gespannt, was da kommt. So, saftiges Tauwurmbündel ist vorbereitet. Real Warm Teaser. Und Abfahrt. Ja, mit der Regenpause, das war wohl nichts. Mal gucken, ob es im Regen auch klappt. Aber wir haben jetzt überall so viele Geräuschkulisse auf der Wasseroberfläche. Eins ist gewiss, nass werden wir jetzt. Der Regen bleibt heute unser ständiger Begleiter. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare vom Video reinballern, was ihr so meint. Regen, Fangwetter oder eher kein Fangwetter. Ich bin mit so leichtem Nieselregen immer so ein bisschen zwiegespalten. Fakt ist auf jeden Fall, gestern um die Zeit hatten wir schon Aktion bei den Stellfischruten. Und bisher ist alles ruhig, ja. So, jetzt machen wir uns noch was Gutes zum Essen. Dann schauen wir mal in der zweiten Nacht hier am Baggersee, ob die Mama kommt oder der Big Daddy. Bis zum Biss. Ist er drauf? Ja. Ist er dran? Nein. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Jetzt im Hellwerden haben wir eine kleine Regenpause. Ich habe mich schon soweit fertig gemacht. Ich bin hier jetzt noch am Pen. Jetzt natürlich immer am besten. Ja, und was soll ich sagen? Zwei Uhr, auch in der Regenpause, hat man nochmal eine Aktion. Fehlt bis, Fisch hat nicht gehangen. Und ansonsten war die ganze Nacht ruhig. Ab gestern Abend schon, wo wir vom Klopfen dann spät rein sind, da war es schon relativ, sage ich mal, ruhig auf dem Echolot, also nicht viel gesehen, nicht viel Fischaktivität gesehen von Welsen. Und dann hat der Regen wieder richtig eingesetzt und es ist komplett ruhig geblieben. Eine ganz andere Nacht als unsere erste Nacht hier am Baggersee. Da ging es ja richtig vorwärts. Und jetzt in der zweiten Nacht wie ausgestorben. Wer weiß, ob es der Regen war. Ich habe ja keine so guten Erfahrungen mit permanentem Regengeblätscher auf dem Wasser. Die Regenpausen waren dann oft gut, haben noch Aktionen gebracht. Aber im Regen drin ist nicht viel passiert. Und das war heute Nacht genauso. Komisch, aber warm. Komisch, aber warm. Aber so ist Angeln, ja. In der ersten Nacht, in den ersten 24 Stunden, fünf oder sechs Aktionen. Vier Fische gefangen, ein aktiv, drei auf die Freestyle- bzw. Bohen-Montagen. Und in der zweiten Nacht gab es einen Fehlbiss und das war es gewesen. Naja. Die Mutti der Urwelt, der große Don Papa, der war nicht dabei. Der hat sich gut versteckt, wenn er denn da ist. Aber das ist ja immer das Rätsel, das Geheimnis, was alles so spannend und interessant macht. Vielleicht das nächste Mal. Auf jeden Fall gehen wir nochmal runter ans Boot Kox. Ich habe ja noch zwei Neuheiten dabei gehabt. Einmal die Kühlboxen und einmal die Lithium-Batterien von Timeline USB. Gestern Abend, aber das ganze Boot ist voller Wasser. Beim letzten Routen kontrollieren war die 50Ah dann platt. Also wir haben sie komplett runtergefahren. Gute 24 Stunden war man mit der Batterie jetzt unterwegs. Hat in dem Zeitraum perfekt gehalten, hat richtig schönen Schub für den Motor gehabt. Also ging gut vorwärts. Und dann habe ich direkt gewechselt auf die 100Ah Batterie. Das fahren wir jetzt nicht mehr leer. Wir holen jetzt noch in aller Ruhe die Montagen rein. Machen alles sauber soweit. Aber ich muss sagen, gute Qualität. Gute Power. Funktioniert. Gut, perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin zufrieden jetzt beim Test, beim ersten Einsatz mit den Teilen. Die kleine ist ja für mich so gedacht gewesen. Für Tagestouren, das macht sie auf jeden Fall ganz problemlos mit. Und für den Einsatz auf dem Bellyboot. Also die hat überhaupt kein Gewicht. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was das Teil hier wiegt. Aber so gut wie gar nichts. Und die große dann wirklich für diese Schlauchboot-Aktionen. Hier, wenn man mal mehrere Tage unterwegs ist. Und da denke ich, bin ich auf der sicheren Seite. Schaut mal in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die Produkte, die Batterien. Wenn ihr auch auf der Suche seid nach einer zuverlässigen und trotzdem preiswerten Lithium-Batterie. Für euren E-Motor oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Wohnmobil, Camping, Verbrauchsbatterie, bla bla bla. Ja, und jetzt schauen wir nochmal in unsere Kühlboxen rein. Wir hatten jetzt zwar keine subtropischen Temperaturen. Es waren so zwischen 16 und 20 Grad vielleicht stellenweise. Kein brutales Sommerwetter. Aber 48 Stunden haben wir die Teile jetzt am Start gehabt. Nur mit den Eisblocks drin. Sonst kein Schnickschnack. Hier ist die Große, die 55er. Ja, hat ein Lebensmittel drin. Angelköder, alles Mögliche. Und alles hier eiskalt drin. Die Eisblocks hier unten sind noch halbwegs gefroren. Nach 48 Stunden kann man nichts sagen. Vier Stück war die Stimmen. Alles schön kalt. Eiskalte Würmer. Eiskalte Bratwürste. Kann was, ja. Finde ich mega. Auch hier findet ihr nochmal Infos zum Produkt, zu den beiden Kühlboxen, der 25er Version und der großen 55er Version. Unten in der Videobeschreibung, wer also auf der Suche ist nach einer robusten, soliden und meiner Meinung nach auch sehr schicken Kühlboxen, die einiges abkannen, die gut eure Sachen kalt hält. Könnt ihr als Tisch benutzen oder auch als Hocker richtig solides Material. Schaut in der Videobeschreibung unten. Ist alles verlinkt zu den Produkten von Plug-in-Festivals. Ich bin begeistert. So, jetzt werden wir hier abräumen, aufräumen, alles reinholen und dann starten wir in das nächste Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es mal aus bei euch, dieses Freestyle-Angeln. Können Köder dicht an den Hecken, dicht an den Hindernissen präsentieren oder eine Boje einsetzen. Eine ganz spannende Fischerei und wie ihr seht auch erfolgreich. Der Riesenwels war diesmal nicht dabei, aber ich denke, das ist reales Wallerangeln. Man kann nicht jeden Tag so einen absoluten Endgegner fangen. Mit vier Fischen sind wir ganz zufrieden. Hier vom Baggersee in Deutschland hat alles super funktioniert. Und jetzt geht es weiter. Weiter auf der Suche nach den großen Welsen hier in Deutschland. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Angeln. Alles Gute für euch. Euer Stefan. Ciao, ciao. Ciao.